das ist ja wirklich rehtreu so wo sind wir hier wettenberg golden oldie jetzt guck dir mal die mädels nicht nur die beine sondern die ganzen mädels hallo siehst du eine schöner wie die andere und das gibt es eigentlich nur auf den golden oldies in wettenberg ist das richtig so weiter weitermachen und oh 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 hallo 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 er gehört zu mir jetzt kommt noch einer aber so viel so viel konkurrenz er gehört zu mir wie der namen an der tür war das so ach da ist ja noch mal einer der gehört zu mir der gehört zu dir können wir frauentausch machen ich habe auch nicht dabei so wir sind also in wettenberg und das gibt zum wievielten male dieses jahr zum 30 das 30 mal und es ist eine dame die ist für die veranstaltung auch zuständig für die händlerstände und so weiter und zufrieden bis jetzt der ablauf alles gut ja also wir könnten besseres wetter haben aber sonst sind eigentlich alle zufrieden und wie gesagt wir hoffen noch dass das wetter wieder besser wird ja natürlich die hoffnung stirbt zuletzt aber morgen kommt der sonnenschein wenn ich wenn ich so in diese schönen augen guckt dann muss es morgen einfach die sonne ist es richtig ich danke dir viel spaß viel erfolg danke ciao und dann ist er hier für speis und drank gesorgt gibt etliche live bühnen hier und wie gesagt viele mädels hier in pedicots und klamotten aus den 50ern das ist auch retro hier maki und pepsi und ach guck mal erkennt ihr die noch die zeitungsständer hier das war damals kult ist auch ein sehr schöner stand hier das ist alles alles retro hier hier die sammlerpuppen na gut und wir sind in wettenberg auf der golden oldie seit 30 jahren und macht immer wieder spaß hier ja das wetter können wir nicht ändern aber letztes jahr war stark regen ist ja viel besser dies jahr so und hier ist für speise und drank ist gesorgt bei 30 grad hitze erst mal ein bier trinken also so so hübsche mädels sieht man nur in wettenberg guck mal dieses cookie denn lächeln ist einfach zwei schönheiten und ja war ein scherz nein natürlich kein cookie denn lächeln so das seht ihr auf der golden oldie in wettenberg seit 30 jahren hier die veranstaltung ganz ganz schick ganz ganz toll das kommt auf youtube übrigens dann gehen das wollen natürlich nicht nur die mädels fotografieren und auch mal ein bisschen autos lalala lalala und natürlich die dixi close auch gleich drei männlich weiblich diverse oder ich weiß nicht mal nachschauen das ist ja auch haben wir hier der und dann follow me der enger dazu das ist ja hammer mäßig nein wir sind hier nicht auf der rasse hund ausstellung wir sind in wettenberg auf den golden oldies das ist der hammer hier die fest in die anheben drauf drauf gestellt da sitzt sogar der elvis drin man in red so und da haben wir natürlich hier das original aber auch wieder ganz ganz also man muss die feinheiten beachten guck mal da stimmt alles von oben bis unten und das lächeln da schmelzen die frauen herzen doch gleich von alleine weg du bist aus wettenberg oder eine tolle veranstaltung hier und das ist dein auto da passt doch alles zusammen dass elvis vor will und der elvis alles klar willst du noch was loswerden nee wünsche schöne grüße alles klar schöne grüße aus wettenberg golden oldie danke dir ciao jetzt niedert es ein bisschen aber es könnte auch schlimmer zu gehen und vielleicht schaffen wir noch mal ein video heute oder morgen das schwenken wir noch mal hier zur wettenberg also eine ganz tolle veranstaltung leute die richtig spaß macht und richtig klasse hier zum 30 mal in wettenberg wenn ich weiß wo wettenberg liegt bei gießen so in diesem sinne grüße aus wettenberg golden oldie